ARD Text im Auftrag von Funk Hi! Gott, ich bemerke, dass ich echt müde bin. Eventuell gar kein Rank aufnehmen sollte. Aber... Fuck you! Du tust trotzdem... ...weiß kein... Gott! So! Irgendwie hat die Kamera gerade nachgepegelt. Jetzt sehe ich ziemlich pink aus. Und dein Chrome-Archie funktioniert nicht so gut. Du bist scheiße! Das Merkwürdige ist, das Licht ist immer das gleiche. Ich sehe immer exakt gleich aus. Und irgendwie erkennt ihr immer irgendwas anderes. Du bist scheiße. Also nicht du der Zuschauer, sondern die Webcam. Ähm... Arm in Arm. Spielen. Spiel suchen. Wettkampf. Ich... Kennen die ganzen Maps nicht. Es ist auch scheißegal, auf welcher wir spielen. Und warum... Ich hab mich selbst damit abgeworfen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, die PP-Python bekommen. Die ist natürlich... ...Rattenscharf. Bei... Lieblingswaffe... ...ist, glaube ich, immer noch meine Trigon. Meine P90. Was sind die wert? Oh. Muss annehmen. Tut mir leid. Tut mir leid! Ja. Aber... Wir müssen jetzt erstmal irgendwelche kleinen Kinder töten. Wahrscheinlich Russen. Das klingt böse. Wird die Men-O-War gerne in einem besseren... ...Zustand. Weil hier sieht auch nicht so schön aus. Irgendwie die meisten Sachen, die ich hab, nicht so schön aus bemerke ich gerade. Ist da ein Aufkleber... ...dran. Ja. Nova Coil... ...hat Peter ja irgendwie 300 Mal. Das sind halt alles Waffen, mit denen ich nicht unbedingt so spiele. Okay, AK schon. Aber mit der Nova spiel ich nicht wirklich. Mit der AWP Seytenst, weil ich's einfach nicht kann. Boah, Leute, jetzt nehmt die Scheiß doch mal an hier. P250 StatTrak. Mit der spiel ich relativ häufig. Und dafür hab ich noch 120 Kills drauf. Wobei ich spiel... Ich spiel Counter-Strike nicht relativ häufig. Dark Water... Ne, ist irgendwie lame. Wenn ich das mit der Abyss vergleiche... Geht los. Weil die Nase juckt. Ich hab grad... ...den Styroporbecher vom Salat kaputt gemacht. Aber das ist okay. Ne, der ist die ganze Zeit umgekippt. Weil ich da ne Gabel drin liegen hab. Dann hab ich ein Stück Styropor einfach rausgeschnitten. Und... Ja. Wo kam eins zum anderen? Sind doch schon alle da. Oder nicht? Und... Ort Lester. AWP'n die hier alle? Ne, der hat keine AWP. Aber der hat eine AWP. Ok. 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 Ohann... Ja Die Story hat nur Aufwärmen... Und das hat überhaupt gar nichts zu sagen... aber ich fühle mich lied den habe ich nur ins bein geschossen doch der mich auch erwischt du bist kurz nachhaltung leid und links kommt der kalle bun 601 hier schon mal mein mein penis rausgeholt machen wir mal lustig ich weiß gar nicht ob das der von rechts war oder aus der mitte chroma key auf hier rum zu spinnen was soll denn das ist auch eine phase nach wie vor ich muss sagen 6.500 wir haben ein bisschen krank hier bist du wieder aufnehmen ich glaube ich brauche mal kopfhörer ich glaube ich brauche mal bessere ausleuchtung es geht halt gerade das hier ist leicht nervig aber es geht dafür dass ich gerade nur eine normale tischlampe hier hängen habe einer von uns ist schon tot ok die folgen mir nicht das ist ein bisschen blöd aber wir gehen b planten in mitte war gerade einer heißt es wir haben noch 3 gegen 5 ich bin alleine damit wie schon mal der zweitbeste aus dem team oder beste weil wir beide gleich gut ja was hat er denn da und warum will er jetzt wirklich rushen ich weiß nicht wie man hier am besten vorgeht wo ich jetzt am besten lang gehen sollte oder ähnliches oh gott zwei headers passt auch gleich haben wir hacker an denen lebt nur noch einer habe aber die bombe nicht komm schreibt mir bitte hacker ich brauche es aber ich habe es nötig messen man oh die haben bot sehr schön du bist zwölf du hast noch gar keinen cs großspielen alter was ist denn los mit mir voll das tier ich habe keine ahnung was los ist ich habe keine ahnung ich kann dieses spiel eigentlich überhaupt gar nicht aber ich fixe sie einfach gerade weg ich bin ziemlich ja wo sie muss ich sagen ich bin ziemlich ja m4 a1 profi heißt sie so ja erst mal ich bin wirklich schlecht in counter strike ja das ist wieder der bot von dem braucht man keine angst zu haben ich bin WEB okay vielleicht quoi jetzt appliciert ich bin hier ich bin echt nicht mehr oh fuck oh fuck der hat sie gerade keinen schuss mehr aber wir kriegen die runde trotzdem Alter, was ist hier los? Für die meisten der drei-fach-MVP Ich hab nicht geübt seit der letzten Runde oder ähnliches Rushen wir alle? Ah, okay Das muss ich ja dazu sagen Ich hab nicht in der Zwischenzeit mal wieder gespielt oder so Eigentlich ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee mit dir jetzt hier zu gehen Weil die eh wieder denken, dass sie alle A rushen Rief mir dies Die sind B Hat da noch jemand verlassen? Ist das noch ein Bot? Ich hab auf jeden Fall wen angeschossen Alter Ich hab einen neuen Kampf erreicht Äh, was? Einen Kampf erreicht? Was? Irgendwas stand da, nicht Kampf Oh, das war falsch Entschuldigung Ich hab nichts gemacht Irgendwas hab ich gerade erreicht Sind da unten Die stehen im Durchgang Ich hab ja auch Kanate geschmissen Alter, er hat beide weggemacht Nice one Plant an A Gut Äh, irgendwie sind doch Schüsse gerade hinter mir eingeschlagen Bin aber auch erster Noch ist alles gut Noch ist alles gut Ja, auf jeden Fall ein Bot Ich kann nicht zu weit vorgehen Weiß auch gar nicht, auf welche Höhe die Köpfe sind Das ist ein bisschen so mein Problem Fuck it Wie leckt er denn? Ja, mit 4 HP kann ich dann nicht mehr viel ausrichten Blöderweise Aber der da hinten ist weggemacht worden Schön Die erste Runde haben wir nur verloren Oder doch eine AWP mit dem Geld Die Bombe Habt ihr gerade auf dem Minimap geguckt Bombe Ja, okay Schön den hat er Na, die Bombe ist down Einer lebt von denen noch Onspot wird der nicht sein Der ist nämlich grün Ach, der hinten ist alles markiert Da vorne würde er gleich sein Ah, der ist Okay Ich bin irgendwie voll Oh, für Cosmic Cat Kommt wieder mit mir mit Nein Loll Stehen da einfach mit 2 Arfes Und campen die Mitte Müssen wir einfach nur die Seiten verteidigen Und Dann hat sich das Die rushen einfach nur vor Ich möchte so ein bisschen taktisch eigentlich rangehen Oder so Aber das ist unser Mates vollkommen Den war es anscheinend auch Wumpe Da ist noch einer hinter Nimmt die mal bitte wer ab Danke Oh fuck Ich kämpfe zu gern mit der M1 Es tut mir leid Wo gehen wir lang Das andere Team Schöne wir raus auf ein Spiel Ist ab Nikita Oh Ping von 300 Unleert Was war das denn Die ist in der Luft Explodiert Oh fuck Ich glaube das ist eine Runde Die die eventuell holen Oh fuck it Oh mein Gott Was ist hier los Oh ich habe schon wieder das falsche Wir sind auch gleich schon durch Also Gleich schon Halbzeit Im Runden noch Ah der hat mir voll in die Klöten geschossen Das war ein Mate von mir Mit throwing Flashbang Ankündigung Was hat der schönes Ach ne P90 Ah ich habe ihn auch mal mitgegeben Mit dem 4 Zieger Was lebt denn noch Einer von Muss man gar nicht groß drüber reden 16 2 3 Hab ich Er hat 14 4 5 Ich habe 2 Kills mehr 2 Assists weniger 2 Tode weniger Aber trotzdem Er hat einen Punkt mehr Drop me please Drop me one game please I don't have money Please drop me team Drop me one game team please Thank you Let's go Jo welcome Raid Wobei mit 3 2 Hätte er sich wahrscheinlich auch selbst noch was holen können Bombe geht alleine nach B Ihr Russian feucht fröhlich A Oh fuck Ja mit einem AWP wäre ich jetzt gerade in der besseren Position gewesen Weil der hat auch lang geguckt Und ich hätte ihn einfach wegholen können wahrscheinlich Wurde geplantet Zwei Leben noch Haben die einen Diffuser Kommt Hinter dir Idiot Ne Kriegen sie wahrscheinlich Ja der hat einen Diffuser Kit Runde kriegen sie also We will give you the Sprout Ist das gemein Fuck 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 Kannst mich mal Eure Arbe ist damit weg Wo 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 Ich glaube die ist B geplantet Weil es lebt auch nur einer von denen Ja Hi Bin ich wohl noch gestorben So Ich würde eigentlich gerne nach A gehen Aber A ist halt für die besser zum Snipen Alter Schön in der Taktfrequenz Gerade durchgerusht Wenn du Steps vermeiden würdest Den scheißegal errascht er durch Ja, wir gehen B Plan to be Weiß halt Gerade nicht wo er ist Da war er anscheinend Woll alles nicht Habe ich alles noch Selbe Taktik nochmal Good game, well played Der muss richtig angepisst sein Fuck, ich wollte gerade springen In der Sekunde Wobei 65 habe ich ihn gedrückt Ah, von uns leben auch nur 2 2 gegen 2 Der eine hat einen AWP, oder? Ja, schön Oh Gott, er ist sogar voll Nerven aufreifen Reibend Weil ich auch gar nicht mal so schlecht bin Zack Nice Wieder ein Punkt für mich wegen Assist hier 19,5,5 18,4,8 Und der holt mich auch langsam auch mit Punkten Ich hoffe, er kriegt die anderen nicht Scheiße Teamwechsel Also wir müssen 3 Runden, glaube ich, gewinnen Dann Sind wir auch schon durch Ja Ja Äh, Rush A würde ich fast schon sagen Geht er short? Ja, wir müssen halt keine AWP befürchten Wir haben einen von denen schon down Ist da noch einer? Kriege ich auch noch einen? Darf ich einen? Der Bot könnte halt immer was gekauft haben Deswegen Friedensinitiative Neue Errungenschaften In dieser Runde Was ist denn das? Gewinnen sie 5 Pistolenrunde Im Wettkampf Ja Er kaufte erst mal eine P90 Farmers UMP Die werden jetzt nichts haben Hier ist eigentlich Gar nicht mal so ein schlechter Punkt Um sich hinzukämpfen Ja klar Ja klar Wenn man gegen Leute spielt Die es irgendwie drauf haben Die werden da sofort nachgucken Aber gegen Neubs Ich ist halt einer bin Hat eine P90 Das gibt es nicht 69 60 Dude, you are just 11 years old You are not allowed to play CS girl So shut up, please Get me here Oh, my gun Ich hab die Afe Ich hab nicht die Afe Ich mach nicht die Afe But I don't know where they are Direkt vor mir Scheiße Auch ne verlorene Runde Für uns Weil jetzt kriegt er Keinen Afe-Hit Aber meine M4 Nimmt er mit Ich hab keine Ahnung Wo der andere ist Ist ein Spieler Genau vorhin Komm, eine Runde noch hier Also manchmal mache ich gute Dinge Mit der P90 Eventuell ist das jetzt auch so Weiß es nicht Ich hoffe es Ey Wollte ich ein Cross'n'Run machen Ein Cross'n'Run So Sneaky Oh, hier kommt gleich einer um die Ecke Vielleicht auch nicht Da ist ein Ava auf jeden Fall Von denen Links Da ist ein Bot Nein Fuck A-Spot Waren zumindest die letzten Ja, das Ding ist So schnell kann er nicht da hinziehen Die sehen ihn Bevor er sie sieht So ungefähr Und so schnell kann er nicht hinziehen Da ist er Glaubt sogar mit einer AWP Ich bin mir nicht ganz sicher Aber es war echt schlecht Wo jetzt ist es da Rechts Fuckin' Nice one Ich bin nur dritter Die Shadowkiste machen wir natürlich wieder auf Das ist eine Ehrensache Natürlich Feels good, man 24, 6, 8 Kann ich mit leben Hier bin sie Drei Wettkämpfspiele Drei Wettkämpfspiele gewonnen Okay Shadowkiste erhalten Das kann in der Shadowkiste drin sein Schatten durch Öffnen Bisschen gut haben Aber ja noch Gewinnen eh keine Schatten Durchsache von ganz ab Aber es wäre schon cool Boah Ich hätte gerne die Golden Coil Weil es gibt schon einige nette Sachen Ist ja nur gerade Crap mit dabei Weil die sieht nett aus Komm Kann man nie sagen Minimale Gebrauchsspuren Kampfspuren Wenn ich die vergleiche Die sieht scheiß aus Die hat doch was Was ist die wert? Ist natürlich auch eine Frage Ach, seht ihr gar nicht? Sehe ich gerade Ihr seht das gar nicht Dann sage ich euch das gleich einfach mal Siebzehn Cent Okay Sind allgemein so Sowas wie Minimale Gebrauchsspuren Was ist denn Eine AWP wert? Wahrscheinlich überhaupt gar nichts 5,70 Euro Also es ist nicht viel Aber für meine Verhältnisse Ist es halt viel Weil ich spiele echt wenig 5,70 Euro Ist doch mal Für so ein scheiß Skin Bisschen was Die Trigon 2,46 Euro Und Nova Koi Muss ich auch schon Gar nicht mehr nachgucken Das sind 10 Cent Natürlich wahrscheinlich Nova StatTrak Koi Euro 14 So Das war es wieder von Counter Strike Ich hoffe es hat euch gefallen Lass mal ein Like Da und dann Kommt mal da und dann Hörst du dann Abo Ein Abo Funktioniert irgendwo da unten Keine Ahnung Drück dir mal drauf Das sind mal die Funktion Aus ob es noch geht Außer ihr habt bereits abonniert Dann nicht drauf drücken Ich bin jetzt wieder raus Wir sehen uns hoffentlich bei wieder einer weiteren Runde Und wenn es wie heißt Let's play is to your girl Bis dann mal bei Euer Grisboy Haut rein Tschüss